mein leichter schutzanzug ist gleich im arsch könnte man die auch irgendwie reparieren doch das geht an der anzugstation ja da gibt es so eine reparaturstation dafür ich stehe am heizkörper wegpunkt basis bestätigen das einzige spiel bei dem man eine beziehung zu seinem heizkörper auf der extrem du stehst schon daneben weißt du dass ich mir einen mapmarker setzen können jetzt habe ich die basiswinds immer drinnen im gelb ja der hunger tickt so schnell runter und es bringt gar nichts hier irgendwas zu essen dann lieber nach hause schleppen oder hax pflanzen einbauen willst du? ja auf jeden fall das dann auch das zeugs nicht unbedingt verdirbt hinter mir eine pflanze wenn ich hier mehrfach unterwegs bin ist mir das auch egal hauptsache wir haben erstmal die proteine da und dann die pflanzen da von mir aus können wir dann auch einen riesengroßen garten anlegen aber selbst dann esse ich erst was wenn wir hier einigermaßen bedingungen haben müssen dass ich nicht permanent hier unfälle ich finde es einfach nur verschwendung was man machen könnte wäre ein bodengleiter ganz einfachen bodengleiter zum ressourcenform aber ich will keinen ich mag den nicht weil das sogar noch untertrieben ist ich mag den nicht ja also ich mache alles dass ich laufe lieber als dass ich mit dem ding durch die gegend heize kann ich gut verstehen bin ich total bei dir aber auch da muss man sagen der hat mal spaß gemacht ne ja wirklich am anfang so wie mit dem motorrad das hat auch mal richtig koly gemacht da kam das überall durch ja ich weiß nicht warum das immer verändert werden musste haben die einen troll gm der das mit absicht macht ja ich weiß nicht also irgendwie oder sind einfach nur sadisten also die ausbeute hat sich schon mal gelohnt muss ich sagen 28 pflanzenproteine ich sollte öfter mal verreiken wo ist mein motorrad hin da nicht verkehrt auf jeden fall und wir sagen damit können wir schon mal ein paar pflanzen bauen aber die frage ist wie so aus der worte schlag ist alles raus hast du gerade gelöscht nee der hatte nicht genug komponenten ich habe jetzt gerade die teile hingepackt das müsste jetzt reichen dass die restlichen triebwerke basteln kann ich habe auch kupfer und so dabei ne also kupferärzte ein stück magnesium silizium und wir haben jetzt auch wieder über 1000 shot oder doch der hat den ich auch damit kaputt gemacht ne der war ja auch kaum noch da. Setz mal ein, jetzt müsste es eigentlich wirklich gehen. Pflanzenfasern, natürliche Stimulanz, Ausdauerwert. Ja die könnte ich immer gebrauchen aber mit minus 25 Gesundheit, du spinnst mal. Lass verwecken das X zu X. Ah ja, wir haben auch 16 Minus. Ganz schönes Zeugs, da müssen wir noch irgendwas machen können. Arx ist fertig. Ich ernte mal. Hier noch nicht, mhm. Hab ich hier eigentlich schon mal? Ja, auch noch Sauerstoff geguckt. Sieht jetzt richtig super aus. Dann brauche ich das auch gleich mit hier rein, Arx. Was braucht man jetzt noch? Immer noch Eisen? Ja genau, brauchen wir jedenfalls noch. Hast du mal irgendwas angeleiert? Im Bau? Ähm, gerade Trieb, ja. Und es geht? Guck gerade mal hier wegen Waffen. Mhm. Ich muss mal aufschreiben, 1320 Schotter haben wir drinnen. Dass ich mal sehe, ob der den auch wirklich dann benutzt. Ah, es hat nur ein Triebwerk geklappt. Ich habe nur eins. Was fehlt ihm denn noch? Oh, okay, jetzt hat er... ... anscheinend genug. Manchmal muss er noch... Ach so, nee, weil du bist gerade eben... Ja, ja, das ist, wenn einer auf den... ... den Container? ... den Frachtbehälter zugreift, genau auf den Container, dann zieht er nicht weiter. Weiß mal, wenn das... Okay, ich brauche nicht weiter. Ja, das ist aus dem Moment, so nach dem Motto, du könntest ja was rausnehmen, was auch man kann, so nach dem Motto. Äh, deshalb pausiert das dann praktisch. Das sollte jetzt laufen. Das ist ein Geschütz zum Freigeschalten. Oh, ist das der jetzt hier? Ich gucke mal wieder rein. Und das sind wir noch bei 1.320. 15 Millimeter haben wir... Warte mal, wir haben noch jemanden, was ist das für... Also, wir haben keine 15 Millimeter... Schade. Muss ich welche herstellen? Oh, ich sehe gar keine 15 Millimeter Kugeln. Ähm... Ach, das... Ah, ja... Ach doch, der Kieselt war auf heuts Zeit 48. Wie viele Ahakspflanzen brauchen wir? Hm, das ist eine gute Frage. Den baue ich noch mal ein paar? Brauchen wir... Elchenblumensetzling für Knospen? Ja, wir können es schon bauen. Elchenblumensetzling für Knospen? Aber Knospen brauchen wir selten, ne? Die haben wir draußen überall rumliegen. Pflanzenfasern brauchen wir im Moment auch nicht. Pilze brauchen wir auch nicht. Das ist immer... Ich würde das ganze Zeug nicht verrotten lassen, ne? Wir haben jetzt schon so viel verrottetes. 257 verdobene Lebensmittel. Und wir haben noch... Wo sind jetzt die ganzen Proteine hin? Hä? Input. Dort 37 Proteine, weißt du? Hm? Ich brauche noch mal zwei, drei Pflanzen. Achso, das ist... Ich habe hier, ähm, einen Kühlschrank für uns. Hm? Doch, da ist er. Küche? Ah, hier. Alles klar? Na, da können wir die Proteine dort reinschmeißen. Dann können wir uns dann später überlegen, was wir damit machen. Weil vom Essen her... Wasser kriegen wir doch rein, oder? Das hat man doch einen Bau. Hm, also Wassergenerator haben wir. Genau. Der steht ja auch schon hin. Muss man immer nur hin und heute Dienst abholen. Bitte. Dann könnte ich mit dem Rest auch noch ein paar Käse bauen. Ja, da kann man eigentlich alles an Käse bauen und hauen den Käse dann in den Kühlschrank. Na ja, klar, warum nicht? Zumindest kann ich erstmal zehn Käse bauen. Weil die Milch ist ja wirklich nur Protein und gereinigtes Wasser. Ein Protein. Und der Käse selber braucht nur eine Milch. Und hat aber Verfallszeit 48 und Nahrungswert 36. So ein Riege hat einen Nahrungswert von 45 und braucht zwei. Mal zehn Käse durchlauern lassen und dann... Und dann kriege ich auch das Fleisch in den Kühlschrank. Ja, es wird langsam! Yay! Äh, was muss denn noch alles in den Kühlschrank? Endlich! Fluxspule... Ui... Feuergroßmümel... Äh, Feuermooskrüme... Eier... Hä? So... Knospen... Konfittimus... Das Ding ist gleich voll! Kräuterblätter, falls wir uns mal wieder heilen müssen... Mh? Mh? Sauerstoffstation... Oh, 2 Tank... Ach, das ist schon vorgebaut! Pflanzen, Protein... Pilze... Mh... Sortierung lasse ich mal! Da packe ich lieber bei Hand um! Naja, kannst ja nichts mehr andrücken, ohne extrem überrascht zu werden! Aber schön groß ist der Kühlschrank! Da ist es! Ist es der T2? Oder ist es der T1? Ähm... Nö, Kühlschrank 1! Kühlschrank 1, ja! Da war der... Der T2 ist glaube ich dann doppelt so dick! Der war vielleicht noch halb so groß, der T2 und der T1 war noch kleiner! Ja! Ja! Gehen wir aber schon wieder looten! 15 Stück! Wieso ist denn der jetzt? Jetzt! Der war gerade leerer Kühlschrank! Alter! Yacht mir doch nicht so ein Schreckhlein hier! Ein... Käse? Baut der keine Käse mehr? Ich verstehe dieses Spiel nicht mehr! Mh... Ich hab noch einen Käse da nicht! Ich baue noch einen... Pack noch einen rein! Ich hab mir gerade rausgenommen damit ich nicht verhungere! Hm? Ich baue gleich noch mal 13! So... Absolut! Und so schlitzendlich gebastelt! Hm? Ah... Für... Ich kriege die ganze Erfahrungspunkte gerade! Fürs Bauen, ne? Hm... Für alles was ein Bauskristler Erfahrungspunkte, ne? Das war früher schon so! Neee... Ich hab grad nur Steine entfernt... Also fürs Bauen... Also... Jetzt... Fürs Setzen bekommt man ja keine! Deshalb ist... Eigentümlich! War das nicht mal so? Mhm... So wie bei Ark beim Bauen? Nee... Hier bekommst du ja für alles was du abbaust! Das ist ja... Erfahrungspunkte! Achso... Seltsam! Boah... Ach was... So... Komische Farbe, hm? Aber in dem Wechsel mit Schwarz sieht das schon wieder nice aus, ja! Wenn du so von hinten siehst nur diese Farbe... Boah... Ist das noch hellblau? Ist das schon so ins Türkis rein? Es... Es soll noch hellblau sein! Ne... Ich schieb's mal auf das Wetter! Es ist zu kalt! Ich kann nicht mal richtig gucken! Ob das Ding denn... Das sieht aus! Die Kniffte hängt auf jeden Fall fest! In echt, weißt du? Hier ist schon wieder kalt, selbst im Cockpit! Ja, find ich grad ein bisschen seltsam! Ja, das hat man ja schon ein paar Mal! Das selbst im Cockpit reicht's nicht aus! Das ist hier weniger! So... Und so müsst du das dann mit dem Laser im Ei auch gehen, ne? Mhm... Du musst gucken, ob diese... Ja, gegen... Ammo-Box fertig ist! Mhm... Ja, ich dachte... Dachte die Kugel vorne hängt, weißt du? Mhm... Da klemmte ja wirklich die Kniffte voll oben drauf! So... Ich wollte... Glück hat's das nicht gestört! Nahrungsmittel in die Ding reingucken! 13 muss er noch! Ja... Ja...